Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde FIFA 16 Prognosen. Ja und das Champions League, das hast du noch vergessen, also das müssen wir wirklich noch mal noch mal ein bisschen üben. Hallo und herzlich willkommen liebe Zockerfreunde zu einer Champions League Prognose, die letzte für diese Woche. Wir haben schon zwei Stücke aufgenommen und diesmal spiele ich die Engländer, wir haben wieder Kreise, also das musst du ja mal rausnehmen hier, weil das ist ja alles. Die Kreise sind geil und da guck, den Nebel habe ich nicht eingestellt, was sonst wäre jetzt auch noch Nebel. Weil ich kann nächstes Mal einstellen, dass es immer regnen soll. Oh, da ist er schon, Kevin, oh, wird er wieder, bitte, bitte, ja, er wurde gefoult, die Gladbache. Ja, guck mal, da kommt der Kevin gleich, da kommt der Kevin gleich, denn Kevin ist das Böse. Da, ja, da hat er ihn gefoult, sehen wir ganz deutlich. Das war wirklich ein Foul, das war ein schlimmes Foul. Und Siacho, ah, Guterherdo, soll das Ding machen. Schön angetäuscht. Hier gucken wir uns das Ding nochmal an, kurz. Angetäuscht und dann, schön verarscht, schön verarscht. Ja, tut mir da natürlich leid, aber man muss sagen, die letzten zwei Spiele in der Bundesliga, was war los gewesen? Gladbach gewinnt. Was ist da los? Markus, Markus. Die haben die letzten zwei Spiele gewonnen. Ja, Papel ist gegangen und keine Ahnung, irgend so... Der Ersatzkippe, ja, der Ersatzkippe, äh, der Ersatz, äh, denkt da, der, äh, der zweite Trainer ist ja, hat er die Rolle jetzt übernommen. Und jetzt? Und jetzt funktioniert's? Ja. War es wie der, äh, das typische Trainer-Debakel? Pfff, naja, vielleicht tatsächlich, ach, ich hab keine Ahnung, überfordert mich nicht. Markus Ideka ist überfordert mit der ganz normalen Frage, ist der Trainer schuld? Das ist so kleiner Piss. Nimm mir den Ball nicht ab. Ein bisschen Respekt. Eee, mach mich nicht aggro. Nassri, oh, dann hat er, dann haben die Gladbacher Glück, dass Korb noch zur rechten Zeit gekommen ist, um da noch seinen Fuß dazwischen zu machen. Hier sieht man's nochmal, oder das Knie, besser gesagt. Ah, konnten sie gerade abwehren. Oh, ooooh, Sietcho. Hallo. Oi, 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 was? Ja, was sagst du zu Gladbach? Ja, wenn sie Glück haben, finden sie schon früher zu ihrer alten Form zurück, als, äh, wie es bei Dortmund gelaufen ist, letzte Saison. Da war es ja wirklich erst am Ende der Saison, dass sie wieder zu sich zurückgeführt haben. Und, äh, ja, zu wünschen wär's denn auf jeden Fall. Sagen wir's mal so, ne? Ooooooh. Raphael, der muss jetzt. Der muss jetzt. Drimic, nein, nein. Ja. Tolle Scheiße, Alter. Er lässt sich einfach mal fallen. Der tote Mann. Er macht den toten Mann, Alter. Drimic, Drupic, oh, oh. Und dann nur so ein Lumpi-Schuss. Und guck mal, ganz knapp, ganz knapp hat er ihn... Ooooooh. Ja, was? Durchs, durchs Marschennetz, Alter. Weil es ist dann viel verpackt. Der kann doch nicht einfach durchs Netz hauen. Hättest du mir ein Tor spendieren müssen? Ja. Wollt mal dieses, äh, Touch, No Ball, Alter. Dieses No-Touch, No-Ball. Mal ausprobieren. No-Touch-Drippling. Ey, ey, ey. Da war ein bisschen zu weit. Da kommt, äh, unser guter Aguero nicht ran. Ja, gegen Yaya Touré wurde hier gefoult. Uff. Okay. Was gibt's jetzt? Es gibt nur den Abstoß. Hat doch nicht. Hat doch schon der Kommentator gesagt. Ne. Ja. Hörst du schlecht, oder was? Äh, ich höre nur 1 zu 2 für MEN! Ja, komm, 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 yeah, mutterfuck, ey. Hat der Handschuhe an. Er hat Handschuhe an, weil es kalt ist. Hey. Ach komm, da war noch nichts gewesen, außer Spesen. So, go, 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 go. Hey, hey. Jo, hier ist Stimmung. Alter. Nein, spiel doch nicht. Passt gut. Nein! Super gemacht. Super gemacht. Muss man ganz ehrlich sagen. Er macht wieder die Totenmann. Er kann nur den Totenmann machen. Was anderes kann er nicht. Das ist der Totenmann. Das ist der Totenmann. Das ist der Totenmann. So, weiter geht's. Kevin, Kevin, Kevin. Kevin holt sich den Ball wieder, aber was hier. Gelbe Karte gegen Sergio Arua. Jetzt gibt's doch noch nicht, Alter. Der hat's gemacht, Junge. Den will. So. Wieso ist es jetzt schon nicht gleich hinterhergerannt? Keine Ahnung. Also in FIFA 16 habe ich eigentlich das No-Touch-Drippling noch nicht angewendet. Weil, wer es nicht kann... Wer es nicht kann, der kann es halt nicht. Ja, und Belinda, das bringt irgendwie gar nichts, als ich's gemacht habe. Da kann der Torwart nur lachen. Ey! Magst du? Torgan Hazard! Torgan Hazard! Sieh! Josef Trimic! Josef Trimic! Gülzig! Oh, Uta Mendy, die Neuverpflichtung. Oh! Vernascht der mich da. Da auch. Da nicht. Nein! Wir gehen so in die Halbzeit, Leute. Nein! 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 Keiner geht hin! Oh! Navis! Navi Navi! Navi Navi! Das hörte doch machen müssen, der Navi Navi! Jesus, Navi! Jesus, Maria! Angelika! Ja, wir gehen wirklich so in die Halbzeit. Dein 2-2. Ja, sagst du kurz? Ist schon gerecht, ne? Beide haben wirklich sehr aggressiv nach vorne gespielt. Für Gladbach natürlich zu Hause wirklich perfekt, dass sie nach kurzer Zeit den Ausgleich machen konnten. Ja, aber... Was sagst du? Jos, ich bin immer wieder gut zurückgekommen, als du die Torte geschossen hast. Richtig. 6. Minute Aguero, gleich 22. Minute Drimic. Dann 30. Minute Aguero und 33. Minute Dings. Und Andre Hahn kommt jetzt für Josip Dlimic. Das kann man nicht ganz verstehen. Wieso kommt jetzt ein rechtes Mittelfeldspieler für einen Stürmer? Weil Hahn ultra schnell ist und sehr, sehr physisch stark ist. Der soll sich jetzt durchdringen und umsturmen. Nein! Ich hätte gedacht, Pace ist nicht alles. Der rennt mir davon. Ich dachte, Pace ist nicht alles und er rennt mir davon. Ich dachte, Pace ist nicht alles und erinnert. Nein! Ah! Oh, Joe Hart, Alter, Mann. Hart wie ein Baum. Oliver Wendt. Oliver Wendt. Rot! Ach komm, da war nichts gewesen, Alter, Mann. Letzter Mann. Ach komm. Die sind beide hingefallen. Ja komm, du bist über mich. Ich krieg noch Geld, Alter. Was soll das? Das ist fast letzter Mann nicht jetzt. Fast letzter Mann, Alter. Entweder ist es der letzte Mann oder ist es nicht. Das wird nichts. Das habe ich doch gesagt. Ah, nee, aber lass mal. Ich kann auch keine Freischüsse. Und wenn die denn... Ja komm, vor allem auf FIFA 16 habe ich noch gar kein Tutorial angeguckt, wie es geht. Das kann nicht sein, Junge. Ey! Einer, Pisa. Brauche ich halt noch mehr mit. Chaka. Ja, ja, Touré. Ja, ja, Touré. Nein, dann ist Company da. Die Battlefield Company ist in der... Und er macht schon wieder den Toten Mann. Er kann nichts anderes außer den Toten Mann. Oh, nein, nein, nein. Oh, da musst du schon hart einfach besser agieren. Und dann ist es Brauers. Ja, halt die Knacki. Mach die Führung. Führ, glatt wach. Und jetzt Oliver Wendt anscheinend beflügelt. Fakka Pass. Schlechte Annahme. Das gibt Rot. Das gibt Rot. Das gibt Rot. Hab ich doch gesagt. Das gibt Rot. Von hinten in die Füße. Ibrahima Traue. Schreibt's in die Kommentare, ob das von Otamendi eine rote Karte war. Oder das hier. Schreibt's in die Kommentare. Wir schauen, wir uns das noch mal an. Ja, guck, das springt da drüber und dann fällt er mir rauf. Das ist so, die Kacke. Hahaha. Red, red, red. Und jetzt wird City richtig aufdrücken. Und jetzt wird hier bestimmt ein 5-3 rauskommen. Dass es noch auf die SSD kommt. Oh, fuck, Alter, Mann. Keine Kraftausdrücke. Ich bin grad auf engstem Raum. Oh, und jetzt andere Haare. Boom. Konzentration. Du kannst es. Du wißt es. Oh. Da, Oli, Wind. Komm, unentschieden, holen wir locker. Vorgang. Nein. Ich bin so dumm. Das gibt es nicht. Das war das, die Chance für den Sieg. Oh, nein. Ich bekomme ihn auf das Tor. Wie bitte. Oh, Raunus. Der hält. Raphael. Raphael. Oh, und da. Was macht die Manchester City-Abwehr? Andere Haare. Was? So, jetzt vielleicht noch mal. Ja, 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 ja. Was? Wieso gehst du nicht hin, Alter? Wieso gehst du nicht hin, Junge? Es kann doch nicht sein, Junge. Oh, da ist der drinnen. Er ist leider nicht drinnen. Und wie sie da laufen. Wie sie die Fans, die eigenen Mannschaften, gerade laufen. FIFA 16, klasse in der Choreografie. Schönes Ding, schönes Ding auf jeden Fall. Gladbach gewinnt hier die Champions League. Also, wir bedanken uns schön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Lasst einen Kommentar da, ob das gerechtfertigt ist mit der roten Karte. Wir sind raus und tschüss.